Hallo Leute, willkommen zurück zu GTA Wild City und in diesem Part machen wir die Taxi Mission 100 Stück, ja, aber ich mach da 2 Parts draus, keine Angst Ja, wie gesagt, ich mach jetzt hier die Taxi Mission Ich mach jetzt die 100 Stück an 1 Stück, hab ich jetzt vorüberlegt, aber ich mach das in 2 Parts Ich hab mir grad vergessen die Stoppe zu stellen, sorry, Sekunde mal Sekunde Leute, ja, Stoppe starten, so Wo darf's hingehen? Zum Ammulation, alles klar Ich weiß nicht, wir gucken, ungefähr, wie das aussieht, in einer halben Stunde Ungefähr Was der hell machst du denn? Es ist supposed to start the world T883 Da steht ja immer noch mal ein Cheater Lustig Und ich find's auch lustig, dass wir ein Kaufmann Taxi haben Weil Ich sag ja nur, man kann ja Unternehmen kaufen Und man kann durch das Kaufmann Taxi, kann man ja auch kaufen Und wir arbeiten ja grad für das Kaufmann Taxi Also arbeiten wir uns sozusagen hoch, damit wir Chef werden können Find ich lustig Ja, der Taxi ist doch schon da, chill mal Ich bin jetzt halt am überlegen, wie wir das machen Wo will der hin? Ja, am Strand, okay Falsch ich mal am Strand Mal gucken, wenn wir bei Bei 10 sind, wie die Zeit da aussieht Aber Aber ich will schon die 50 Stück jetzt hier Ich will jetzt schon mal Ich will es ja froh machen 50 in einem Part Und die anderen 50, dann mach ich einen kurzen Das wird da Kein Unterschied mehr Für mich, ich mach die 100 trotzdem an einem Stück Versteht ihr Leute, ich mach die 100 an einem Stück Ja und Zwischendurch mach ich ja wahrscheinlich mal Mikrofon aus Weil ich dann, ich kann jetzt halt hier 2 Stunden Durchgelabern oder eine Stunde Durchgelabern, das geht ja mal gar nicht Wir sind ja jetzt schon etwa bei so 4-5 Minuten Wir sind ja jetzt schon etwa bei so 4-5 Minuten Ich muss jetzt schon aufnehmen Wir haben grad mal 2 Fahrten Aber Boah leider Boah leider Ich guck echt wo ich eine halbe Stunde bin Wenn es wirklich über 2 Stunden dauert Ich bin noch da Was siehst du denn? Wo darf hingehen? Ja mal ganz ehrlich selbst sehen laufen können Aber endlich mal vom Strand runter ey Ich kann jetzt aber eine Stunde hier durchgenabern Das könnt ihr jetzt halt von mir verlangen Hä? Sekunde mal Achso, Marina Ocean Beach Ok Hä? Ja ok Ja ok Ja ok Das war jetzt mein Fehler Das war jetzt mein Fehler Ja ok Das war jetzt mein Fehler Ich dachte Zum Malibu Club hab ich gelesen Aber Zwischendurch würde ich auch mal das Taxi reparieren Sag ich euch auch jetzt schon Ich hoffe ich fäll hier nicht ey Es ist halt 80er Jahreszeit Und das ist halt geil Ja ok Jetzt muss ich auch noch Boah Das ist richtig geil stehen Leute Weg da Natürlich hat es riecht auch noch nen Stern Wunderbar Ich hab mal 2 Sekunden Zeit mir ein Fahrgast zu suchen Alles klar Alles klar Ja schön Dankespiel Hallo steigst du ein? Ernsthaft Mach du Leute Tendiert Oh Leute Oh Leute Ich glaube ich teile die 10er Schritten auf 14 Stück Ja Das macht die Donnerdam ein Stück Die Taximission Überleg mir das Wie ich das mach Ich glaube ich mach das 10er Aber eh Ist ja auch scheiße Das ist ja eigentlich die PS2 Version aber Das ist ja eigentlich die PS2 Version aber Ich bin grad nur die Neu deswegen Ja wir sind pünktlich Hier bitteschön Junge Fünf Serienbonos Jawoll Ja Ja Ich bin klang Ja Wir sind ja bei den Taten Ich bin klang Ja Ich bin klang Ich bin klang Ja Ich bin klang Ist mir relativ egal Das klappt schon bei 10 Minuten Der Schiff Der Schiff Der Schiff Hier Das ist auch ein Der Schiff Obwohl mein Auto steht immer noch dran. Sobald wir auf die andere Insel kommen mache ich schon die Feuerwehr-Motion. Sobald ich jetzt so schnell wie möglich die Taxi-Vision beenden. Jetzt muss ich aber lange noch mal die Taxi reparieren Leute. So viel Zeit muss sein. Sobald mir das egal ist. Sobald wir von dem Platz play. Achtung! Polper ist nicht nur ab, okay. Da ist es hin. Das ist der erste Fade. Weil die auch wie die geistig gestört werden... Oh Leute... Wie die alle geistig gestört werden... Ja, schaff ich nicht... Sehr schön... Ja, ich mach jetzt noch mal... Ich komme jetzt erstmal ins Auto... Manche Autofahrer sind echt zu blöd zum Autofahren... Eigentlich spiel ich jetzt ehrlich... Und das faktisch ja nicht mal langsam... Ich kann schnell... Ich bin auch immer ungeduldig... Das klingt auch noch dazu... Ja, da wird es mir mal pl... Oh, Junge. Wohin darf gehen? Ja, schön, das sind überall die Gegenpferde, ey. So, sieben hatten wir jetzt. Das ist jetzt acht. Wir werden es aber neu zählen, ey. Dankeschön, Spiel. Echt. Ja, danke, Bulle. Renn einfach über die Strafe, Junge. Boah. Hättet ihr was dagegen, wenn ich die Taxi-Mission aufgeben mache? Ich glaube, der hat ungefähr... Den Part mache ich jetzt zu Ende, aber dann mache ich aufgeben, weiter. Ich glaube, der hat es nicht zu Ende. Das ist so annoying. Schnell damit ist ja schon 20 Minuten auf und mit F10 Wohin darf es gehen? Ok Wenn du zum Malibu klopfen willst, fahre ich nicht der Wöne hin. Das ist gar kein Problem für mich. Wenn du zum Malibu klopfen willst, fahre ich nicht der Wöne hin. Das ist gar kein Problem für mich. Mein Auto steht immer noch da oder was? Wie lange bleibt denn das da stehen? Wöne Vielleicht sind wir zwei Stunden Part. Jawohl. Ich bin ein bisschen auf zu gucken Leute. So, jetzt hätten wir die 10 voll. Das ist jetzt nur mal 11. Ich bin ein bisschen auf dem Weg. Ich bin ein bisschen auf der Bühne. Können Sie sie doch üben? Ich bin ein bisschen auf dem Weg. Oh, du wirst dich gehalten! 四, du wirst dich! Oh, wir gehen! Du wirst dich weg! Oh, möchling, das war mit Essen. Wohin darf es gehen? Kein Problem Wohin darf ich dich überrasen! Stupid damn idiot! So, die Kamera, jetzt muss ich mal gucken, wie viele die Augen haben. 12, warte mal. 12, warte mal, jetzt habe ich 12. 13. Warte mal. 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 Warte mal, ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. um ein Unternehmen zu kaufen Die kriegen ja auch noch Geld Wo willst du denn? Denkst du da hinten? Nur so ein Polizeirevier Die kriegen ja auch Hey, yo! Taxi! Easy on the Giggle tree! und schlägt er auch noch ich habe mir eine Idee wir müssen jetzt 15 stücke haben ja ok ich mach das so leute ich mach das jetzt so ich mach ich muss das erklären es sind ja 100 stück sind ja 100 stück ich mach jetzt 10 stück nochmal 10 10 mache ich jetzt noch hier in dem fahrrad 10 25 50 75 100 ich mach das jetzt in 4 teile auf ich war gerade bei 60 tschuldigung ja ich mach das jetzt nochmal 10 stück ich mach das in 25 erweise so teile ich das jetzt auf ich mach hier 50 und auf der anderen insel 50 so teile ich das dann auf in den parts dann werden die parts auch nicht zu lang ich muss ja auch bedenken ich muss ja auch hochladen ja so ist es besser ich mach das ich mach viermal die also insgesamt kommen vier parts für den taxi missionen das nenne ich schon teil erste teil 1 von vier mache ich so nenne ich das dann oder so mal gucken wie ich es dann benennen auf jeden fall 25 missionen immer 25 fahrgast pro teil könnt ihr euch so denken ich muss ja die nächste gang bämmen ja schön dass du mir jetzt erst anzeigst du es hier im fahrrad schreibt ne jetzt fahrt erstmal ein fanspray ist mir egal für die letzten acht fahrt ein fanspray ne auch egal wo darf hingehen malibu club 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 wie malibu club malibu club dann machen wir das so leute malibu pro taxi mission immer von bremstlick ladedstück lobo und dann mache ich... ja ok dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung drin wahrscheinlich nicht am Stück sondern 25er Weise wird es halt mehr Parts geben aber ich glaube das freut euch sogar auch dass es mehr Parts gibt so so ich hatte die Stütze zu drücken ja ich mach das... wie gesagt es steht jetzt fest wie ich das mache da braucht ihr euch jetzt nicht in die Kommentare zu schreiben alles ist besser für mich ist besser für euch glaube ich ist besser für alle Beteiligten ich bin so und so machen sollte es jetzt auf einmal die Taxi Mission beendet hat ich werde in den anderen Parts nicht mehr vorkommen ich habe mich da gerade ein bisschen verrechnet gehabt ich werde auf jeden Fall 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 auf jeden Fall ich habe einen Verkehrsbund Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Hey, man, move!